Ja, ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sportkarriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel in diesem wunderbaren Club schließen, in dem ich seit sieben Jahren als Spieler gewachsen bin. Triumfe, Freude und auch harte Zeiten. Aber am meisten stolz bin ich darauf, dass ich als junger Mann voller Träume in München angekommen bin und jetzt völlig gefüllt mit einem Club, einer Geschichte und einer Kultur abreisen werde. Hier habe ich eine Tradition lieben gelernt, von der ich mich jetzt verabschiede, die ich aber nie vergessen werde, Mia Samia. Ich habe fantastische Momente erlebt in dieser Stadt, in der Serbener Straße und in unserer geliebten Allianz Arena mit meiner Bayern-Familie, die mich so gut behandelt und jede Sekunde geliebt hat. Meine Entscheidung ist reine sportliche Natur. Als Fußballspieler will ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln. Bayern wird immer meine Heimat sein. Danke FC Bayern.